Robbie Williams Frau Ada macht nicht nur in ihren schicken Gala-Roben eine tolle Figur. Die 39-Jährige ist wirklich topfit und bringt mit ihrem neuesten Urlaubsposting alle zum Staunen. Auf diesem Strandfoto mit Robbie zeigt Ada im Bikini ihren gestählten Body. Und nicht nur Arme und Beine sind muskulös, am Bauch zeichnet sich sogar ein echter Sixpack ab. Solche Muckis erfordern natürlich sportliche Disziplin und die hat die Moderatorin auf jeden Fall, wenn man ihren Videos glauben darf. Ob schwitzend an den Geräten oder mit viel Körperspannung beim Ballett, Adas Fitnessprogramm hat es in sich. Deshalb zeigt die Mama von drei Kindern uns gerne das Ergebnis ihres harten Trainings. Auf Robbie scheint ihre Motivation sogar abzufärben, denn auch der Sänger wirkt in letzter Zeit gut in Form. Ob sich da unter seinem T-Shirt vielleicht auch ein Sixpack abzeichnet, das erfahren wir dieses Mal noch nicht. Da lässt Robbie seiner schönen Ada wohl erstmal den Vorrang.